ja hallo leute ich bin es wieder euer charlie mit einem neuen angelfilm ja wir fahren heute wieder raus auf die ostsee auf dorsch dann wollen wir mal sehen dass wir was kriegen wir sind wie diesmal mit einem anderen boot unterwegs das ist die janis hannah der zwei namen auf der einen seite steht jannis und auf der hannah eingeladen hat und bei jens ja dann wünsche uns bei petri heil und ich wünsche uns sagen wir mal und euch viel vergnügen mit dem film da kommt der partner der hat jetzt die slipper erlaubnis geholt dann geht es jetzt mal los schauen wir mal was heute gibt oh Oh, no! No, no! You have done the old lettering You'll see the light, you'll see the day You'll get dancing on my way You'll see the light, you'll see the day Now look Ja, da kommt schon der erste Etwas größer als die Forelle Baby Dodge ist das noch Ja Fehmann dort Zeig dir mal näher in die Kamera, dann wird der größer Alles klar Tschüss Ja Leute, jetzt sind wir hier vor Katharinenhof auf Fehmann Es ist ein bisschen mau Drei Dorsche haben wir Aber es sind viele, viele kleine unterwegs Versuchen wir mal weiter unser Glück Ja Leute, jetzt verholen wir nochmal und mal gucken, dass wir noch ein paar Dorsche bekommen Also bis jetzt gar nicht mal so unübel Wir haben ein paar gekriegt Nicht so berühmt wie vom Weissenhaus Aber das ist ja halt Fehmann hier Und in Fehmann da gibt es halt nicht so schöne Dorsche, wie es im Weissenhaus gibt Da ist er, da kommt der Oh Schöner Hanna Ach, geht Täusch Wo bläst der denn Das ist Schalldesigner Ich seh' da Kommt der Ja Am sein Ja Guck dir erstmal an Ja Aber wenn der Wenn der meinen Jig ins Maul hat, dann weißt du das Dann ist das meiner gewesen Wutternorch noch Ja Ah Den Daff brauchst du hier, Alter Nein Alles ab Scheiße Alles ab auf den Daff Braucht den Daff Das war der schon Ja, da ist Deiner genauso abgegangen wie meiner Das war meiner, der macht das immer so Der macht das immer so Der geht mit zur Oberfläche mit Ja, und dann Naja, genau das ist mir gerade auch passiert Wir spekulieren jetzt alles wo derselbe Dorsch war Also auch so einen schönen Schönen 60er 65er Dorsch Hat sich gerade verabschiedet Egal Danke gewesen Ja so Leute Das Angeln ist vorbei Wir haben ungefähr 6 oder 7 Dorsche Haben wir nicht durchgezählt Aber es sind auch ein paar gute dabei Meisten waren klein Mussten wieder zurückgesetzt werden Aber ich denke Können zufrieden sein Wir haben auf jeden Fall Einen wunderschönen Tag gehabt Und der Jens da vorne Der hat uns wunderbar herumkuschiert Der wusste auch wo die Dorschen sind Die wenigen Woll Jens? Ja Ja, sieh mal Geht doch Na, jetzt machen wir hier noch so ein kleines Abangeln Wollen mal gucken War jetzt so der letzte Stopp den wir hier gemacht haben Wünsche ich viel Vergnügen gehabt zu haben Mit diesem Film Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Charlie Ja